so jetzt kommen wir zur nächsten map die nennt sich terminus wir müssen hier auf der linken und auf der rechten seite jeweils ein tor öffnen und dann jeweils drei kisten sind auf jeder seite eventuell hat man ja glück und sind alle kisten auf der einen seite befüllt andernfalls sollte man hier sich auf jeden fall beeilen um das ganze durchzuführen hier auf jeden fall wieder pizzaclan gefragt der sich schnell dort um die kisten kümmern kann gegebenenfalls mit walker mike dort schnell durch jagen kann der spawn ist hier relativ günstig denn er kommt von der oberen seite primär also die oberen sechs felder die jetzt über mörser sind dort ich glaube zwei einzelne baser sind pro seite dort auch noch am spawnen aber wie gesagt mit pizzaclan sollte man sich hier versuchen schnell durchzuarbeiten und dann vielleicht mit einem krieger also ezekiel oder teilweise dort den einkommenden spawnen bearbeiten auch der governor kann vielleicht mit einem bulldozer dort an der stelle ein bisschen helfen oder vielleicht mit dem kumpelgewehr und dort dann die beise vom leib halten ja das war es eigentlich dann schon zum web terminus